Kapitals Trainer Diff Bar musste wegen neuen Ausfällen erfinderisch werden. Die Youngster-Linie um Piff, Anteil und Preiser bekam viel Eiszeit ab. Doch das reichte den hartgesottenen Profis aus Bozen nicht. Nach Fratins Top-Chance traf MC Clure zum 0-2. Das erste Drittel war trotz des 0-2 vielleicht unser Bestes in dieser Serie, sagte Kapitals Coach Bar. MC Clure bestrafte erneut Wien's Goalie Starkbaum für einen Passfehler zum 0-3. Es klappert die Stimmung in der ausverkauften Arena war im Schluss Drittel ohrenbetäubend gut, als Shepard nach einem harten Check gegen Bozens Miglioranzi zum 0-13 traf. Und der Spielmacher, der zuvor in 15 Spielen nur ein Tor erzielt hatte, legte noch weiter 23 mit einem Schubser von hinten auf Harvys Rücken. Manten Uto beendete die Hoffnung auf ein Wunder mit einem Konter zum 0-24. Das 0-52 durch Gasly fiel ins Leere Wiener Tor. Shepard sagte hinterher enttäuscht, es war hart, so ins Spiel zu starten, aber wir glauben immer noch, dass wir sie schlagen können.